Ich möchte etwas sagen zum Thema Team Topologies und bevor wir da loslegen, ein Hinweis, das ist eine Idee von dem Manuel Peis und dem Matthew Skelton. Da gibt es teamtopologies.com, da steht noch deutlich mehr zur Verfügung an Ressourcen und es gibt dieses schöne Buch, wo die beiden diese Idee vorgestellt haben. Worum geht es bei Team Topologies? Es geht erstmal darum, dass wir verschiedene Teamtypen definieren für die Arbeit in einem typischen Softwareentwicklungsprojekt. Und der erste Typ sind Streamaligned Teams. Das sind also Teams, die dazu in der Lage sind, eine Änderung vollständig selber umzusetzen. Von der Analyse über die Implementierung bis hin zum Betrieb sind die eben tatsächlich dafür zuständig, eine Idee umzusetzen und deswegen sind sie Streamaligned. Sie sind also aligned zu einem Fluss von Änderungen. Und davon sollte es die meisten Teams geben. Das sind also die Teams, die tatsächlich Wert generieren. Und die anderen Teams haben so ein bisschen so eine Hilfsfunktion. Da gibt es die Idee von Cognitive Load. Die Idee ist also, die Teams, die Streamaligned sind, möglichst von Cognitive Load, also von Dingen, um die sie sich kümmern müssen, zu entlasten. Und das erste andere Team, was es gibt, sind so Enabling Teams. Das sind also Teams, die Hindernisse versuchen, aus dem Weg zu räumen für Streamaligned Teams. Architektur könnte zum Beispiel so etwas sein. Architektur könnte jetzt einem Streamaligned Team, das hat irgendeine Funktionalität implementiert, helfen mit Architekturwissen. Und das ist einmal so eine unterstützende Funktion, aber zum anderen auch eine Funktion, die halt sagt, okay, wenn irgendwo Lücken sind und man Wissen aufbauen muss, dann ist es die Aufgabe des Enabling Teams, dafür zu sorgen, dass das eben tatsächlich aufgebaut wird. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis von Architektur eher unterstützen, nicht so sehr kontrollierend, ist eine gute Idee. Dann gibt es die Complicated Subsystem Teams. Das sind diejenigen, die verantwortlich dafür sind, einen Teil des Systems, wo sehr viel Spezialwissen notwendig ist, sich darum zu kümmern. Also zum Beispiel einen Tarifrechner, da muss ich halt vielleicht Versicherungsmathematik verstehen, da muss ich ganz viel über Tarife verstehen und das kann ich jetzt eben so einem Complicated Subsystem Team übertragen. Und dann gäbe es ein Streamaligned Team zum Beispiel, eins, das dafür verantwortlich ist, tatsächlich Versicherungsabschlüsse zu tätigen und die können sich dann eben bei diesem Complicated Subsystem Team sozusagen helfen lassen. So, und dann gibt es das Platform Teams. Das sind Teams, die eben dafür sorgen, dass eine Plattform gebaut wird durch den Bau interner Produkte. Klassisch wäre vielleicht sowas wie ein Kubernetes Cluster, andere Betriebsdinge, auch sowas vielleicht wie CI, CD oder vielleicht so etwas wie eine Developer Plattform. Dann gibt es noch das Undefined Team. Das sind Teams, die noch nicht in einem Zielzustand angekommen sind und das ist vielleicht auch noch so ein generell wichtiger Hinweis. Das, was wir hier diskutieren, sind Zielzustände. Das heißt, das, was Team Topologies eben sagt, ist, es wäre gut, wenn wir viele Streamaligned Teams hätten. Es wäre gut, wenn diese Teams eben Streamaligned sind, also die kompletten Änderungen durchführen können. Aber in der Realität ist es vielleicht so, dass wir da noch nicht angekommen sind und deswegen ist das eben ein Zielzustand, ein Magnet, wo wir uns hinbewegen. Und ich finde, das ist eine sehr realistische und schöne Einschätzung von dem, was dann vielleicht tatsächlich in der Praxis umsetzbar ist, dass man eben in so einem Weg hin zu einem Zielzustand ist. Was ich bei Team Topologies noch interessant finde, ist, es gibt verschiedene Bruchflächen, also Fracture Planes. Und bei so Streamaligned Teams würde man ja jetzt erstmal denken, dem will ich eine fachliche Aufgabe geben, so im Sinne von Domain-Dream-Design, einem Bauen-Kontext. Also eben sowas wie zum Beispiel den Vertrieb von Versicherungsprodukten oder vielleicht sowas wie die Lieferung von irgendwelchen Dingen, die bestellt worden sind oder das Rechnungsschreiben oder was auch immer. Es gibt aber auch noch andere Fracture Planes, die Team Topologies sieht und da gibt es zum Beispiel so etwas wie den Standort. Wenn ich jetzt zum Beispiel MitarbeiterInnen habe in Kaiserslautern und MitarbeiterInnen in Hamburg, dann will ich vielleicht tatsächlich ein Team bilden, das in dem Office in Kaiserslautern zu Hause ist und ein Team, das im Office in Hamburg zu Hause ist, weil die können sich dann eben tatsächlich im Büro treffen und austauschen. Und das ist vielleicht eine bessere Idee, als wenn ich jetzt in jedem Team MitarbeiterInnen habe aus beiden Standorten und dadurch das Problem habe, dass eben diese Teams über Standorte verteilt sind. Und das ist in meiner Ansicht nach in der Praxis tatsächlich ein Einflussfaktor, der jetzt hier eben umgesetzt wird. Weitere Sachen sind zum Beispiel sowas wie Regulatorien. Ich muss vielleicht ein Vier-Augen-Prinzip haben oder zwei unterschiedliche Personen haben, die auf jedes drauf gucken. Irgendwie muss man nochmal alle Commits reviewen aus Sicherheitsgründen, auch schon Dinge, die ich halt in Projekten erlebt habe. Das sind dann eben getrennte Projekte, sowas wie Änderungsfrequenz, Dinge, die halt häufig sich ändern, trennen von Dingen, die sich weniger häufig ändern. Sowas wie Dinge, die halt für bestimmte Performance-Anforderungen haben, also hohe Performance benötigen. Die habe ich halt vielleicht in einem Team und sowas für verschiedene Personas. Also, dass ich eben sage, okay, ich habe halt Neukunden und Bestandskunden und die betreue ich jetzt durch zwei verschiedene Teams. Und das ist, finde ich, eine ganz schöne Ergänzung zu den Ideen, die man so typischerweise sonst hat, wo es üblicherweise eben nur heißt, naja, wir drehen es halt nach Fachlichkeiten auf. Dann haben wir drei unterschiedliche Arten der Team-Interaktion. Das erste ist Access-as-a-Service. Wir kennen ja Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service oder Software-as-a-Service, so als Cloud-Angebote. Und die zeichnen sich ja dadurch aus, dass ich dort über eine API oder auch über eine Webschnittstelle das, was ich benötige, einfach abrufen kann, ohne unbedingt mit Menschen interagieren zu müssen. Und das ist genau diese Interaktionsart. Wenn ich also jetzt beispielsweise so ein Complicated Subsystem habe, also zum Beispiel diesen Tarifrechner, dann kann der eben Access-a-Service angeboten werden. Da ist also eine Schnittstelle und diese Schnittstelle ist dann definiert und dann können diese beiden Teams im Wesentlichen unabhängig voneinander arbeiten. Dann gibt es Collaboration. Collaboration bedeutet, dass eben tatsächlich Leute sehr eng zusammenarbeiten, potenziell sogar an ein Team ausgeliehen werden. Ich könnte zum Beispiel aus dem Enabling-Team Architektur jemanden in ein anderes Team, das beispielsweise für den Abschluss von Versicherungen tätig ist, ausleihen, damit dort ein bestimmtes Architekturthema mal implementiert und durchdiskutiert wird. Und hier ist, glaube ich, wichtig die vorübergehende Kollaboration. Das heißt, das soll eben zeitlich begrenzt sein. Wir wollen eigentlich ja, dass die Teams relativ unabhängig voneinander arbeiten und für einige Zeit können wir einen Kompromiss machen. Aber wenn das langfristig ist, haben wir vielleicht eben eher so ein Bedürfnis, dass wir etwas am Teamschnitt ändern wollen. Und dann gibt es Facilitating, also dass man tatsächlich ein Team unterstützt. Das wäre jetzt etwas, was vielleicht auch ein Architekturteam machen könnte. Also andere Teams in der Implementierung unterstützen, mit bestimmten Architekturfragen unterstützen und dort eben entsprechend zur Verfügung stehen. Und damit zeigt sich eigentlich auch schon, was so ein bisschen der Vorteil von Team Topologies ist. Das sind eben relativ wenig Konzepte. Man kann trotzdem deutlich länger darüber reden und ich habe tatsächlich bei Softwarearchitektur im Stream eine ganze Episode darüber gemacht. Das ist die Folge 213. Da spreche ich eine ganze Stunde über die Konzepte und da gibt es auch dann eine ganze Menge an Links zu verschiedenen Informationen. Und dort kann man auch die Infografie, die wir hier gerade gesehen haben, die Lisa Maria Moritz gemalt hat, runterladen und sich anschauen. Und der letzte Hinweis ist dann mein JAX Microservices Camp zum Thema Team Topologies und Microservices. Dort spreche ich eben über Team Topologies, über die Ansätze für soziotechnische Elemente in der Entwicklung, wo ich also Teams betrachte, Menschen betrachte und Technik. Und gleichzeitig spreche ich dort auch über den Aufbau von Microservices Systemen, wie man es also fachlich schneidet und außerdem über fortgeschrittene technologische Fragen, Transaktion, Konsistenz, auch so etwas wie Integration über REST oder Messaging oder auch so etwas wie Events mit CQS oder Events Hourcing. Und dort könnt ihr also zum einen mehr lernen über Team Topologies und soziotechnische Elemente, zum anderen über den fachlichen Schnipp von Microservices Systemen und eben über fortgeschrittene technische Ideen von Microservices. Und ich würde mich freuen, euch dort begrüßen zu können. Bis dahin.